Ja hallo, mein Tabak wurde vor einem halben Tag geklaut. Nachdem ich dies gesagt habe, habe ich den Tabak hier entdeckt. Ich habe mir zwei gekauft und jetzt habe ich nur noch einen. Jetzt habe ich wieder zwei Tabak. Ich lege diesen Tabak nun in mein Revier. Mal gucken, was passiert. Er hat nämlich 100 pro den Tabak geklaut. Weil nachdem ich das dem heute darauf angesprochen habe, hat er das nämlich dazu fällig hingelegt. Wenn ich das Arschloch finde, Alter, ich sag's dir mal. Jetzt finde ich den Tabak. Untertitelung des ZDF, 2020